Der dritte Teil von Zombiejäger ist nun endlich im Kino. Oh mein Gott! Der dritte Teil von Zombiejäger ist nun endlich im Kino! Dir ist aber schon klar, dass der erst ab 18 ist. Ja und jetzt? Warten bis die DVD raus ist. Als ob. Im Kino ist es doch eine ganz andere Atmosphäre. Diese Dunkelheit, dieser riesige Bildschirm, diese Sounds, das Popcorn. Na los! Aber auf Marsch! Der ist immer noch ab 18. Ich weiß! Und deshalb habe ich uns viel besorgt. Als ob das jetzt was bringt. Doch! Damit sehen wir aus wie alte Männer. Bitte? Zweimal für den Zombiejäger bitte. Die Ausweise dann bitte. Die haben wir doch in unserem Auto vergessen. Dann gehen Sie die bitte holen. In Italien. Der dritte Teil von Zombiejäger hat uns die Bärte nicht mehr zurückgegeben. Wir warten wohl am besten einfach auf die DVD. Ich habe noch eine Idee. Oh scheiße. Siehst du? Der dritte Teil ist knapp. I'm sorry. Wie wäre es mal mit Naturwitze? Jetzt sollten wir aber wirklich aufgeben. Hallo? Ich habe noch eine Idee. Einem Hamster eine versteckte Kamera umbinden und ihn reinschmuggeln oder was? Nein, aber Professor Nelson Busch kann für uns Pesselfälscher. Träum weiter. Okay, das hat sich dann wohl auch schon erledigt. Hörst du das auch? Ja! Oh mein Gott. Kino unter freiem Himmel. Jessie, hol das Popcorn! Das waren die schönsten 5 Sekunden meines Ladys. Das waren die schönsten 5 Sekunden meines Ladys.